Am 29. Oktober 1949 stirbt er in Neuilly bei Paris. Der amerikanische Architekt Frank Lloyd Wright fasste sein Lebenswerk vielleicht am treffendsten zusammen. Kipling hat einmal gesagt, dass diese Zwillinge, er meinte damit Orient und Okzident, sich niemals verstehen könnten. Doch im Leben Gurdjieffs, in seinem Werk und seinen Worten, gibt es eine aus der tiefe asiatischer Weisheit stammende Philosophie, die jeder abendländische Mensch verstehen kann. Sowohl in seinem Werk als auch in seinem Denken, in dem, was er tut und in der Art, wie er es tut, begegnen sich Okzident und Orient.